Das BFI bietet in Niederösterreich seit rund 60 Jahren qualitativ hochwertige Aus- und Weiterbildungen mit anerkannten Bildungsabschlüssen an. Jedes Jahr eröffnen sich dadurch 16.000 Teilnehmerinnen neue Chancen und Perspektiven für die berufliche Zukunft. Das Angebot ist vielfältig und reicht vom Lehrabschluss und der berufsreife Prüfung über Buchhaltung und Personalverrechnung bis hin zu anerkannten Diplom-Lehrgängen wie Mediation oder Lebens- und Sozialberatung. Das Service-Center am Ständen organisiert und betreut das Bildungsnetzwerk im Mostvettel. 20 Jahre kann sehr viel sein, aber auch sehr wenig. Das Thema berufsreife Prüfung, Lehre mit Matura ganz neu dazugekommen, ist aber ein zeitunabhängiges Thema. Es ist einfach die einzigartige Möglichkeit, eine Matura am zweiten Bildungsweg nachzuholen. Und so gesehen ist es ein altes Thema, aber auch ein brandaktuelles. Zugpferd des BFI Niederösterreich im Bereich der Erwachsenenbildung ist das Erfolgsmodell berufsreife Prüfung. Das BFI am Stetten bietet seit 1997 diese Form der Matura an. Das ist eine Matura im zweiten Bildungsweg, die man gut berufsbegleitend absolvieren kann und damit aber alle Berechtigungen erwirbt, wie mit einer Schulmatura und einem Studium an einer Universität oder einer Fachhochschule beginnen kann. Das BFI Niederösterreich besteht nicht nur aus der Berufsreifer Prüfung. Wir bieten eine große Anzahl von Kursen und Seminaren an und wir haben zum Beispiel beim BFI Niederösterreich 16.200 Kursteilnehmerinnen in insgesamt 2.900 Seminaren das Jahr 2016 betreuen dürfen. Stärken des BFI Niederösterreich sind zum einen die berufserfahrenen Trainerinnen und Trainer und zum anderen die Abschlüsse mit Zertifikaten, die in der Wirtschaft anerkannt sind, sowie das individuell abgestimmte und effiziente Lernen in Form von modular aufgebauter Aus- und Weiterbildung, sowie innovativer, erwachsenengerechter Lehrmethoden. Neueste Technologien unterstützen das Angebot. Heute ist lebensbegleitendes Lernen einfach fast eine Selbstverständlichkeit geworden und das Berufsförderungsinstitut hat es schon im Namen. Berufsförderungsinstitut ist, glaube ich, wirklich ein ganz, ganz wichtiger Partner für viele Menschen, die sich weiterbilden möchten, die beruflich sich verändern möchten, ihren Horizont erweitern möchten und da ist es natürlich ganz wichtig, dass es Institute wie das BFI gibt und dass es in den Städten ist auch sehr wichtig, weil wir ja doch ein großes Einzugsgebiet an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern haben, an Menschen, die vielleicht auch bildungswillig sind. Der Slogan, hier bildet sich mehr als nur Wissen, wird dabei in der Praxis umgesetzt. Mathematik war für mich auch ein Angstthema und wir haben dann eine Lerngruppe gegründet. Wir waren da vier Mädels, wir haben uns regelmäßig getroffen und gemeinsam haben wir dann die Prüfung auch geschafft. Also ich war der Englisch-Experte, dann eine Kollegin von mir war die Beste in Deutsch und eine andere Kollegin war die Mathematik-Expertin und wir haben uns dann gegenseitig weitergeholfen und haben das auch gemeinsam dann geschafft. Es ist eine sehr persönliche Atmosphäre, es wird auf den Stand eingegangen, wie man halt beginnt mit dem Lernen. Und es ist eigentlich Schule, so wie es sein sollte. Also Volksschule, Hauptschule war es bei mir damals. Also da können Sie einiges abschauen vom BFI, muss ich sagen. Unterstützt wird das durch die hohe Kundenzufriedenheit. Der Erfolg macht sicherlich aus die hohe Qualität, die wir immer wieder versuchen zu messen, zu verbessern. Aber auch, wir bekommen da ein ausgezeichnetes Feedback von den TeilnehmerInnen, die einfach das wertschätzen. Das heißt, die Prüfungserfolge ist auch ein Zeichen der Qualität. 85 Prozent der Kursteilnehmer in Niederösterreichweit bestehen die Berufsreiferprüfungen beim ersten Antritt. Hier in Amstetten haben wir sogar noch eine höhere Erfolgquote. Die liegt etwa über 90 sogar. Dazu liefert das Erfolgsmodell Berufsreifeprüfung aussagekräftige Kennzahl. Niederösterreichweit sind es 85 Prozent, die die Matura beim ersten Antritt bestehen. Und in Amstetten haben wir im vergangenen Kursjahr sogar eine Erfolgsquote von 94 Prozent erzielt. Damit liegen wir weit über den durchschnittlichen Wert von Niederösterreich. Und das spricht einerseits für das Lernpotenzial der Erwachsenen und der Lehrlinge, aber auch für die hochwertige und qualitative Vorbereitung in den Kursen durch unsere Vortragenden. Die überdurchschnittlich hohe Prüfungserfolgsquote von 98 Prozent im Rahmen der Zentralmatura bestätigt die Top-Qualität der Lehrgänge. Zudem wird die BFI-Erfolgsgarantie kostenlos angeboten. Starten Sie jetzt und informieren Sie sich über das Bildungsangebot sowie Fördermöglichkeiten. Alle Informationen zu Kursen und Terminen finden Sie online unter www.bfinoe.at.